Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Bauchtrainer aus dem Hause NeoLymp. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Fitnesszubehör für dich eine gute Wahl ist oder nicht, da möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Bauchtrainer werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Fitness nach wie vor ein ganz großer Trend. Fitness zu Hause im Jahre 2020 hat nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Ich finde es immer sehr lobenswert, wenn sich Menschen mit Fitness beschäftigen. Meiner Ansicht nach definitiv ein wichtiges Thema in Sachen Vitalität. So, was Bauchmuskeltraining anbetrifft, da machen wir uns nichts vor. Den meisten Leuten geht es darum, beim Baden im Sommer eine gute Figur am Strand zu machen. Das heißt nicht, dass man dafür unbedingt Bauchmuskeln braucht oder trainiert sein muss. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass sich viele Leute einfach wohler fühlen, wenn sie am Strand sind und einen trainierten Körper haben. So, und wenn du es eben auf Bauchtraining, auf das Trainieren der Bauchmuskeln abgesehen hast, dann kann so ein Bauchtrainer wie dieser hier aus dem Hause Neolimp ein nützliches Zubehör sein. Preislich meiner Ansicht nach ein faires Angebot für Fitnesszubehör. Das ist allerdings meine Einschätzung. Ob es für dich der richtige Bauchtrainer ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt viel Fitnesszubehör auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, was am besten zu deinen Vorstellungen passt. Also, was dir hier von diesem Bauchtrainer geboten wird, gefällt mir persönlich schon gut. Stufenhöhenverstellbar, einfache Montage kann durchaus eine Bereicherung für dein Workout sein. Man muss dazu sagen, ja, und das will ich hier nochmal betonen, so ein Fitnesszubehör kann eine schöne Unterstützung für dein Training sein. Was du immer noch brauchst, ist zum einen die richtige Motivation und zum anderen die richtige Ernährung. Bitte vergesse diese beiden Aspekte nicht. Das ist unglaublich wichtig. Nur mit der richtigen Motivation wirst du überhaupt dein regelmäßiges Training durchziehen. Und da gibt es so ein paar Tipps, wie man es steigern kann, wenn man zum Beispiel nebenbei ein bisschen Musik hört oder so. Oder sich eben seine Ziele ganz klar immer im Kopf hält. Richtige Ernährung würde jetzt hier wirklich zu weit gehen, das zu erklären. Da würde ich sagen, schau dir bitte, wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, zum Beispiel ein paar Ratgebervideos oder so an zu dem Thema. Weil das ist auch sehr wichtig für den Erfolg von deinem Fitnesstrainer. Weil dieser Bauchtrainer aus dem Hause Neolympia, der kann wirklich ein nützliches Zubehör für dein Fitnesstraining sein. Du brauchst aber immer noch die Motivation und die passende Ernährung, damit du deine Ziele auch erreichen kannst. Insgesamt betrachtet meiner Ansicht nach ein faires Angebot für Fitnesszubehör. Ob es für dich das Richtige ist, kannst du alleine wahrlich am besten entscheiden. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Bauchtrainer aus dem Hause Neolympia. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Workout. Alles Gute. Ciao. Ich wünsche dir viel Erfolg.